Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wir sind weiterhin im Urlaub unterwegs und sind jetzt in Dänemark in Blavant angekommen. Jetzt werden wir uns hier erst einmal unseren Schlüssel abholen und damit beginnt der Vlog. Das Haus ist leider noch nicht fertig. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht so gehabt, dass wir früher rein konnten. Konnten wir eigentlich immer. Jetzt müssen wir mal sehr pünktlich ins Haus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.